Der Bruder fragt, wie ist das, weil wenn jetzt ein, zwei Tage vor Ramadan sind, man nennt sie Ayyamushak, die Tage des Zweifels, darf man an diesen Tagen fasten, ein, zwei Tage vor Ramadan, der Hukkum, das Urteil ist, man darf nicht fasten. Es ist verboten, an diesen Tagen zu fasten, Klammer auf, außer. Außer eine Person fastet jeden Montag und Donnerstag, Hadith Hudayfa radiallahu anhu al-da, diesem ist es erlaubt, dass er auch an diesem Tag fastet. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.